Sind Sie schon fertig mit Ihrer Arbeit? Ja, ich war nur für Dessert und Torte zuständig. Den Rest macht mein Onkel. Gefällt Ihnen die Musik? Warum machen Sie nicht eine kleine Pause und genießen die Party? Oh, ja klar, mir gehört der Kasten hier. Ich kann Pause machen, weil ich will. Ach komm, Sie stellen sich nicht so an. Für einen kleinen Tanz ist immer Zeit. Angst vor der eigenen Courage? Nein, eher Frau Rosalie Engel, wenn die das mitbekommen. Ich schreibe Ihnen Entschuldigung. Darf ich bitten? Sehr gerne. Sehen Sie den Haustachen, Junge? Nein. Wie lange bleiben Sie am Fürstenhof? Morgen Abend fahre ich wieder nach Paris. Da kommt Miriam zurück nach Hause. Und freuen Sie sich schon? Ja, sehr. Wenn man die ganzen Leute hier sieht, dann kriegt man glatt nochmal Lust zu heiraten. Wissen Sie, Miriam und ich, wir waren nur auf dem Standesamt. Entschuldigung, ist nicht gerade sehr gelandt von mir, Ihnen vor meiner Frau vorzuschwärmen. Ach. Nein, das ist schön, dass Sie so zu Ihrer Frau stehen. Ja, hoffentlich wird unser Hochzeitspaar genauso glücklich wie Sie und Miriam. Ja, hoffentlich wird unser Hochzeitspaar genauso glücklich wie Sie.